Also typisch da, wenn ich gesagt habe, jeder pünktlich ist oder überpünktlich ist, es sind immer so fünf Minuten, bevor er da voll eingefahren hat. Und am Showgeschäft, finde ich, zieht sich das auch noch so gut. Es ist so wirklich, dass sich wirklich alle noch anhalten, wenn man eingeladen wird und so weiter. Also ich darf in Hollywood tippen, da die Ohren schon ganz anders.